Tja, wir können doch auch hier übernachten. Ist doch ganz kuschelig. Wir machen's uns in dem Müll gemütlich. Und vergiss bloß nicht, ne Garage für unser neues Boot zu bauen. Nächsten Tag. Tag, Taddeus. Oh, was habt ihr Mängelwesen denn mit dem Müll angestellt? Ein Haus draus gebaut. Ja, warum? Weil Arno anrüchig erst mein Zuhause gekauft hat und dann Spongebob's auch noch. Warum nehmt ihr dann nicht das Geld, das Arno anrüchig euch gegeben hat und mietet oder kauft euch dafür was Neues? Weil wir noch gar kein Geld von ihm gesehen haben. Ja, er hat's beim Fernsehen gesagt, ich will euer Zuhause kaufen, aber gekriegt haben wir noch nicht. Sechs ein Albstünden später. Ein Feuer im Kamin, kuschelige Pantoffeln und ein heißes Tässchen Tee mit einer Scheibe Zitrone. Nein, ich reg mich jetzt nicht auf.